Kiew, 1. März, kurz vor 17 Uhr. Die russische Artillerie beschießt den Fernsehturm in der ukrainischen Hauptstadt. Fünf Menschen sterben. Mehrere Fernsehprogramme fallen aus. Wie ein Symbol für diesen Krieg, auch an der Informationsfront. Zum Beispiel in Lviv, einer Stadt mit 720.000 Einwohnern, 70 Kilometer hinter der polnischen Grenze. Die Stadt blieb noch von Kämpfen verschont. Tatjana Jakubowitsch ist Journalistin. Sie arbeitet für das unabhängige Radio Freiheit. Sie koordiniert alle Meldungen, die von der Front hereinkommen, und stellt sie in den sozialen Medien online. Auf Kanälen, die außer Reichweite der russischen Raketen sind. Das ist natürlich auch in Telegram, weil das jetzt die größte März für die Ukraine ist. Aber in Ukraine ist das jetzt die größte März, von der die Leute trüben Informationen. Also Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Auf Telegram tobt der größte Kampf zwischen den Medien und Propaganda. Nur wenige Stunden nach Beginn der russischen Invasion startete das ukrainische Innenministerium diesen Live-Ticker. Hunderte Fotos und Videos von russischen Soldaten, die im Kampf starben. Aber auch Verhöre mit Kriegsgefangenen. Ziel ist es, die Moral der Truppen zu stärken und die russische Öffentlichkeit zu informieren. Die Hauptsache, die wir jetzt nicht mehr als die Welt verantworten sind, ist, dass sie bei der Russischen Weltkommissionen in diesem Jahr nicht mehr so viel zu verantworten. Die Zeit ist, dass sie nicht mehr so viel zu verantworten. Sie haben nur heute eine Verantworten, die wir heute verantworten, dass sie nicht mehr so viel zu verantworten. Die Ukraine hat das nicht so viel zu verantworten. Die Ukraine hat das jetzt schon über 5,000, über 5,000 verantworten. Ein Krieg der Zahlen und der Propaganda, in dem jede Seite ihre eigenen Waffen schärft. Wie so viele kann Sascha noch immer nicht begreifen, dass in seinem Land ein Krieg ausgebrochen ist. Den ganzen Tag über verfolgt er die Entwicklung im Radio. Ich habe auch meine Freunde in Russland, und es ist sehr schrecklich, dass sie in den ersten drei Tagen nicht wussten, dass die Krieg mit Ukraine beginnt. Und in denen in Mass Media überhaupt nicht sagen, dass sie die Menschen sterben. Sie schreiben, dass 200 Menschen sterben aus der Ukraine, aber aus der Russland keine Person nicht sterben. Das war so, auf heute Abend. Und das ist der 5. Tag der Krieg. Sascha arbeitet als Fahrer. Er ist 50 Jahre alt und lebt schon immer in Lviv. Seine Frau und sein 17-jähriger Sohn sind vor einer Woche zu Beginn des Krieges außer Landes geflohen. Sie fuhren zu seiner Tochter, die in Berlin studiert. Diese Pistole bewahrt Sascha zu Hause auf und nimmt sie manchmal mit. Seit Beginn der russischen Invasion darf jeder ukrainische Bürger eine Waffe tragen, zur Verteidigung. Bei Sascha läuft der Krieg im Fernsehen in Dauerschleife. Propaganda-Videos, die den ruhmreichen Patriotismus und den Widerstand der Ukraine feiern. Aber auch ein zynischer Seitenhieb auf Wladimir Putin. Dieser Nachrichtenkrieg wird ein paar Kilometer von hier produziert. In diesem Viertel liegt inmitten von Wohnblöcken die Redaktion von Espresso TV. Der private und kostenlose Nachrichtensender sendet auf YouTube und in den sozialen Medien. Das in der Ukraine sehr populäre Medium entstand während der pro-europäischen Demonstrationen 2013. Bei der Revolution auf dem Maidan im Februar 2014 umging dieser Sender die Zensur und sendete weltweit Bilder von der blutigen Niederschlagung der Demonstrationen durch das pro-russische Regime von Viktor Janukowitsch. Im Moment ist der ganze Sender im Einsatz. Permanent dreht sich hier alles um den Krieg. Christina Jatzkiew, 29 Jahre alt, ist Journalistin. Seit acht Jahren moderiert sie die Nachrichten. Seit Beginn des Moskauer Angriffs muss die Öffentlichkeit mit allen Mitteln informiert werden. Aber müssen dafür ständig ungefilterte Bilder vom Krieg gesendet werden? Vom Krieg mit seinen vielen Toten und Opfern, mit all seinem Grauen? Das beschäftigt und spaltet die Journalisten von Espresso heute. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber jetzt alle sitzen hier, in der Wir müssen einfach nur blurriten, oder blurriten. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich finde wir sollten es nicht verwirklichen. Wer es nicht sehen kann, soll ihm den Fernseher ausschalten. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir wollen es nicht nur mit unseren Freunden, mit unseren Freunden, nicht nur mit unseren Führern, die denken, dass hier niemand will, dass hier niemand will, dass hier niemand will, dass hier niemand will. Das werden wir sehen, was wir als Journalisten und die ukrainische Bevölkerung machen. Wir informieren ihnen über das, was passiert. Und ob es sich um ukrainische Kinder und Menschen mit einer schlaueren Psychik und allen Personen gibt, bin ich nicht. Zwölf Stunden täglich ist Kristina Jatzkiew auf Sendung. Doch es ist schwer, sich privat von all dem zu distanzieren. Das ist eine Frage, über die Frage geht, weiß Herr Vorsitzender von Michael Podolak, ihn zu hören. Die Hauptsache, die ich war, war, ist zu spazieren, ist zu verabschieden. Ich bin nicht so, mein Maksimum für diese 4 Tage, das 2 Stunden auf dem Doppel. Ich und mein Mann, wir sind immer im Monitoring, mit einer großen Trifung. Wir denken über unsere Freunde, unsere Freundschaft, die jetzt unter Umbrüchern sind. Meine Kinder ist jetzt, in principle, in einem gefährlichen Ort. Aber da sind auch die Sirene, wenn sie in Lüge sind. Und jedes Mal, wenn ich in Bombschiff bin... Christina lebte vor der russischen Invasion in Kiew. Seitdem ist sie mit ihrem Ehemann Michael nur in diesem Hotel in Lviv untergekommen. Sie mussten alles zurücklassen. Die Eltern haben ihren fünfjährigen Sohn David bei Christinas Vater gelassen, an einem Ort weit weg von der Front und im Moment auch vor Kämpfen geschützt. So, ich wollte mir sehen. Hallo! 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 Hallo, Sonnach! Sonnurk, ich möchte, dass du mich jetzt hörenst. Ich liebe dich sehr, 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 sehr. Ich versuche dich zu sehen, dass wir bald wieder wieder zusammenkommen. Jetzt ist das Zeit, dass meine Mutter helfen möchte, um unsere Land zu helfen. Noch ist die Ukraine nicht gestorben. Die Nationalhymne ist Davids neues Wiegenlied. Christina kämpft weiter. Informieren, um Widerstand zu leisten. Ich bin wirf 만약 ihr, was sie zu Tanke geben. Ich gehe gleich wieder auf und behandere uns auf! Wobeiuepf слышite die Musik wie Widerstand sein und wütend sehen! Auf, wobei wir west schlaufen werden können? Untertitelung des ZDF, 2020